Ciao. Ich glaube, ich gehe mal zu Pippin zurück. Ich habe gar keine Lust, ne? Gar keine Lust. Wo ist denn Pippin? Was ist das denn hier? Geht mir das gerade auf den Senkel, ne? Heute ist so extrem viel am Klingeln. Vorhin hat es mal probiert. Wow. Auf geht's nach Hogsmeade. Ja, Pippin. So, dann zeig mal her. Achso, das ist schon drin. Gut, wunderbar. Dann kicken wir mal. Ui. Alter Schwede, wenigstens haben wir jetzt unsere Flamme, dass wir da mal sofort hin können. Es tut mir leid. Schmeckt butterig. Ehrlich? Das klingt irgendwie nicht so erfrischend, dass Butterbier nach Butter schmeckt. Also tatsächlich, ne? Gott sei Dank heißt es Malz, bin ich Schmalzbier. Jetzt wird's eklig. Entschuldigung. Ja, ich bin doof. Ich weiß. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Freundchen. Wohin hast du mich denn geschickt? Fatima. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Das war schwierig, doch. Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Äh. Zusätzliche Belohnung? Die Lieferung der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine Extra-Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut. Dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Das muss doch nicht sein. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippe. Auf bald. Das muss doch nicht sein. So, wie viel Gold habe ich jetzt? 500 Galleonen. Super Sache, du. Super Sache. Kann ich jetzt endlich zu meinem Lehrer? Ich habe doch jetzt meine Getränke. Oh, hoppala. Ist doch falsch, ne? Äh, 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 äh. Aufträge. Das muss ich das jetzt machen? Probieren wir mal. Lassen wir uns mal noch ein Hochschild platzen. Und bei uns rund um Quillis Schwestern platzen. Okay, machen wir das mal. Okay, wie komme ich da hin? Hogwarts. Ich muss irgendwie raus. Geh hin. Hier ist eine Flamme. Da bin ich draußen. Und kann dann gleich Ballons kaputt machen. Perfekte Sache. So, easy peasy. Rund um das Quidditch Feld. Und rund um Hogwarts. Hui. So. Bisschen dunkel, ne? Wo bin ich? So, Quidditch Feld ist hier direkt. Warum ist das Quidditch Feld? Unglaublich. Unglaublich. So, fünf Ballons, ja? Latsch. Und. Ja gut, das ist jetzt halt einfach, ne? Ja, das war sehr einfach. Loh. Junge. Ah. Ach, da trotzt du mich? Okay, jetzt geht's weiter. Ja. Einfach nur durchfliegen, richtig? So, das waren drei. Wo sind vier und fünf? Unten. Verstehen, Leute. Ich habe einige Sidequests. Ja, ja, ja. Ich weiß. Hey, du, Gryffindor. Was möchtest du? Im Eldar Reyes? Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentestquatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mitkloppt? Ich bin ein Naturtalent. Und du wüsst ja, klar, sie wird kritisiert. Frau am Wesen. Ungeheuerwesen. Kennt man ja den Spruch. Das ist ja halt. Der kommt ja nicht von ungefähr. Du klingst eifersüchtig. Nein. Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squibb sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Sie doof? Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Gryffindor. Slytherin. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn es sein muss. Sehr sympathisch. Okay. Okay. Ich merke schon, ganz Hogwarts ist darauf versessen. Ihr habt ihr gesehen, wie voll das war. Aha. Sind das Bus? Oh ja, das ist ein Bus. Das ist ein Bus. Hilfe. Alter. Okay. So, immer schön ruhig bleiben. Ich glaube, einer von drei Strecken. Ich glaube, der erste dürfte noch relativ human sein, oder? Ach. Okay, das war ein bisschen low. Geschafft. Nein. So. Jesus. Großartig. Okay. Wir schaffen das. Oh nein, da waren die Ballons. Ich sollte doch die Ballons kaputt machen. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Äh. Na los. Das macht echt Spaß. Na, ich weiß ja nicht. Und die erste Strecke ist halt immer leicht. Ja. Oho. Ja. Das ist halt schon viel besser. Okay, die habe ich nicht bekommen. Egal. Boah, haben wir echt geschafft, ne? Super. Das hat schon mal geklappt. Okay. Die erste haben wir. Ist besser als ich. Juhu. Du hast doch geschummelt. Ach. Na gut. Du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Ich will Herrn Respekt nicht. Wer bist du? Ich will Herrn Respekt nicht. Das ist eine Herausforderung angenommen. Vielleicht bist du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Ja, sehen wir. Versuch doch dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Ja, komm, komm, komm. Melde dich am Podium. Bei der besten Liste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Was? Hab ich jetzt... Da bist du ja. Der Duellant, den es zu schlagen gilt. Okay. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Okay. Und... 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 Und starten. Das Silberen? Was ist das Silberen, ne? Ja, ist ja langweilig. Oh, Ballons! Ach, geschafft! Wunderbar! Nein! Wow! Die sahen auch schon mal besser aus. Weil der holt aber ganz schön auf, ne? Der holt aber ganz schön, Alter. Der gibt aber richtig Druck hier. Alter, Falter. Wunderbar! Wie weit ist der denn bitte vor mir? Perfekt! Was erzählst du davon wegen perfekt, Alter? Das ist kein bisschen perfekt. Nein! Ach, die Schande. Jesus. Hast du ihn noch überholt? Nein. Die Beste war 1,32. Ich bin bei 1,39. Nämlich so leicht als... Boah. Egal. Ich steige jetzt auf meinen Besen und möchte ein paar Ballons kaputt machen. Und zählen die dann automatisch, wenn ich sie kaputt mache? Wahrscheinlich nicht. Ich muss erst die Quest auswählen. Sonst... Ach nee. Über Hogsmeade. Warte mal. Über Hogsmeade? Wo ist denn jetzt Hogsmeade? Ich fühle mich trotzdem nicht wie der Sieger. Das ärgert mich. Fünf Sekunden hinter der Bestzeit. Ah, das ist noch... Ja. Ich will hier nur raus. Gut. Einfach nur raus. Ja. Was ist das denn? Dankeschön. Ich halte. Er kommt auf einmal ein Buch angeflogen. So. Sekündchen. Ich bin doch raus aus Hogsmeade. Ich bin so raus aus Hogsmeade. Guck hier. Nur Floorfliegen fangen. Ah, guck mal. Ich kann nicht auf dem Wesen. Darf ich jetzt? Aha. Ich halte, oder? Okay. Okay. Pass auf. Und noch eine Kurve. Dankeschön. Wunderbar. Herr und Fekt. Habe ich wenigstens die. Über den Bahnhof von Hogsmeade. Über den Bahnhof. Wo ist denn der Bahnhof von Hogsmeade jetzt? Hogsmeade. Ich werde randösig, ne? Über den Bahnhof von Hogsmeade. Hier gibt es keinen Bahnhof. Ihr trollt mich. Oh, das ist mir zu. Sorry. Das ist mir zu. Ah, nervig. Was ist hier? Was möchtest du? Akkiduell. Erstes Spiel. Zum Akkiduelli-Club. Okay. Wunderbar. Komm, das können wir. Das können wir. Hogwarts. Akkiduelli-Club. Trollst du mich jetzt etwa? So, wir gehen jetzt mal einfach irgendwo hin. Dann bleiben wir nämlich auf der Karte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann irgendwie die Aufgabe nicht angezeigt wird, wenn du dich jetzt irgendwo anders befindest. Sagen wir, du bist in Hogsmeade und du hast irgendwie eine Quest in Hogwarts. Du willst deine Quest aus und dann willst du gucken, dass das dann irgendwie nicht funktioniert. Wir sind jetzt, dass ich jetzt die Quest habe. Nö. Junge, warum mache ich das immer, ne? Okay, pass mal auf. Duellieren. Wo war das? Hier? Duell. Das ist nicht das hier, ne? Gild scheinbar nicht. Keine Ahnung. Oh. Nein. Scherps Aufgabe. Ich schaffe die Zaubertrinke Maxima und Endurus und teste sie zeitgleich. Maxima und Endurus. Maxima und Endurus. Maxima-Trank habe ich natürlich nicht. Okay. Ich könnte es brauen. Wo kann ich es brauen? Boah, ist das nervig gerade. Ich will Quest machen. Eine Quest, die ich jetzt sofort machen kann, ohne irgendwie tausend andere Sachen zu machen, damit ich das machen kann, was ich machen möchte. Zu LB Weeks. Da war ich doch gerade eben. Ich war doch da. Da war ich doch gerade. 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 ich muss hier hin du musst die tränke trinken ein trank habe ich ja nicht das ist ja gerade das problem und ich weiß nicht wo der dingstrang wurde er wo der raum für zaubertränke ist weiß ich nicht astronomie glöckenturm bibliothek geheime räume des südflügel weiß ich nicht komplett lost aktuell gerade was das hier geheime räume da kann ich hin immer dahin da kann ich doch auch was braun meine ich oder hier kann ich was braun wo war das hier tränke station maxima trank so ist gleich fertig so wunderbar ein fokus trank ich schaffe die zaubertränke maxim und edirus und teste sie gleichzeitig muss beide trinken ja maxima und edirus das kann ja was werden wir schaffen test einen fokus trank wunderbar bin ich jetzt fertig kann ich jetzt darf ich jetzt zu ihnen zurück wie ich jetzt auch meine map angezeigt meine wo ist er denn astronomie flügel hohe halle südflügel große treppe ich weiß es nicht nur einfach irgendwo raus das ist unglaublich oder wird mir nicht angezeigt weil ich im raum der wünsche war anstrengend wie umständlich das reisen vorflopulver war ich bin nicht auf den senkel jetzt warte mal bei der großen treppe warte mal bei der großen treppe hatten wir doch kobold steine ja hier oben vielleicht kriegen wir endlich mal irgendwie eins dieser ich mag das ja wenn ich sehr viele ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule zenobias steine finde halt auf damit woher eigentlich was ist das denn da aha Hogwarts preis für kräuterkunde in anerkennung beispielhafter fähigkeiten auf dem gebiet der kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere auszeichnung an mirable garlic Hufflepuff im siebten jahr von all raunen über mistelzweige und bobertulern bis hin zu springenden knollen ihre arbeit mit der pflanzenwelt hat alle erwartungen übertroffen ja unsere liebe garlic Irgendwo hier sagt mir dass es hier sein soll aber irgendwie draußen ne wieder mal auf abenteuertour sag mal leise nur noch ein kobold stein okay irgendwo hier oh auch gut trophäenraum in diesem raum befindet sich der hauspokal quiddich trophäen was trophäen Duelltrophäen und andere Auszeichnungen die von der Schule vergeben werden man findet hier oft Schüler die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden oh ja oh ja kennen wir aus dem Buch auf jeden Fall das Silber das Silber der die 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 Vielen Dank.